Willkommen zu Hause, Schatz. Bist du erst eine Leseratte? Was ist das? Geheime Unterlagen. Ich begleite dich. Oh, tut mir leid. Du bist nicht eingeladen. Oh. Hey, was willst du hier? Ich habe da ein Problem, bei dem ich deine Hilfe brauche. Ich brauche bessere Freunde. Ist das der Neue? Und du bist der Scharfschütze? Keine Sorge, Mann. Ich habe das Zielfernrohr auf Rezept. Adler Auge. Sag dir das Gesicht, nicht versehentlich drauf schießen. Terroristen haben Atomraketen auf einem Frachter vor der Küste in ihren Besitz gebracht. Wenn die Babys losgehen, haben wir den dritten Weltkrieg. Entdeckung! In diesem Leben ist kein Platz für Freunde. Oder Familie. Jetzt wird's laut. Es geht raus, Baby! Komm, zeig's mir! So hab ich mir das vorgestellt. Sag bloß, du hast nichts Größeres. Oh, es ist viel größer. Sagen. Schen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020